Ich habe ständig an dich gedacht, seitdem du mich verlassen hast, und es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Wenn du mir gegenüber sitzt, bekomme ich mehr Gefühle, als ich vielleicht zeige. Ich habe kein Recht, vor dir Gefühle zu zeigen, da du bestimmt mehr Recht darauf hast als ich, und du wirst immer sehr überraschen. Da bekam sie Angst, es sei etwas, womit sie nicht fertig werden konnte, etwas Unerträgliches, wie das er sie immer noch liebte. Liebe war ein Wort, das sie absolut nicht hören konnte. Gut, sagte sie, vielleicht sind wir ja dann noch nicht so weit. Vielleicht mussten Männer einfach Feinde haben, so wie sie ihre Witze machen mussten. Und manchmal machte Leute die Feinde wirklich zu witzen, gerade so als Lacher über sich selbst. Sie durfte sogar mitlachen, Hauptsache sie lachte nicht als Erste. Ich habe ihr nichts gesagt, Leute. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ich brauchte wahrscheinlich einfach Luft zum Atmen. Geh nicht rein! Was ist denn los mit dir? Wo sind die Kinder? Er schüttelte den Kopf, wie er es tat, wenn sie etwas sagte, was er noch nicht gerne hörte. Etwas ein bisschen Ungehöriges wie Scheißmist. Leute, wo sind die Kinder? Er rückte ein wenig, damit sie vorbei konnte, wenn sie wollte. Und die Kinder? Ja! Gott! Amen.